Das ist Kim. Und Kim ist ziemlich ratlos, was aus ihr und den Menschen nach ihr werden soll. Was tun gegen Klimawandel, soziale Ungleichheit, Artensterben oder unvertretbare technische Risiken? Klar ist, es muss etwas passieren. Und dabei mangelt es gewiss nicht an Informationen oder guten Vorsätzen. Aber wie kommen wir nun vom Wissen zum Handeln? Eben an jener Stelle setzen sogenannte Reallabore an. Reallabore sind eigens geschaffene Experimentierräume in der Wirklichkeit, beispielsweise in einem Stadtquartier. Dort können Ideen entwickelt, ausprobiert und umgesetzt werden. Was sich dort abspielt, wird gleichzeitig von Forschenden unter die Lupe genommen. In Reallaboren geht es also ums Ausprobieren und Forschen. Was macht ein Reallabor nun aus? Zunächst teilen die dort Handelnden eine gemeinsame Idee für die Gesellschaft, die der nachhaltigen Entwicklung. Kurz gesagt bedeutet das, heute gut zu leben und dabei auf Mitwelt, Umwelt und Nachwelt zu achten. Was es mit dieser gemeinsamen Idee auf sich hat und wie sie umgesetzt werden kann, wird aus Forschungsperspektive in den Blick genommen. Und zwar gemeinsam, also Forschende mit Akteuren aus der Praxis. Wir nennen diese Zusammenarbeit transdisziplinäre Forschung. Die Forschenden arbeiten dabei nicht aus der Ferne, sondern legen den sprichwörtlichen weißen Kittel ab und bringen sich direkt in laufende Aktivitäten ein. Sie sind Teil des Wandels, nicht Außenstehende. Wir nennen diese Haltung transformativ. Reallabore suchen aktiv den Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft und binden diese auf vielfältige Weise ein. Wichtig ist dabei der Laborkarakter. Was es braucht, um zu experimentieren, wird zur Verfügung gestellt oder eigens entwickelt. Dies können beispielsweise Räumlichkeiten sein oder besonderes Wissen bis hin zu einfachen und etwas anspruchsvolleren Werkzeugen. Durch Handeln und Forschen lernen die Beteiligten permanent dazu und hinterfragen eigene Denkmuster. Reallabore sind deshalb nicht zuletzt Bildungseinrichtungen. Auf diese Weise werden neue Erkenntnisse gewonnen, die nicht nur vor Ort wirken sollen, sondern auch auf andere Kontexte übertragen werden können. Das alles braucht natürlich Zeit. Reallabore sind deshalb auf lange Sicht angelegt, nicht nur für wenige Jahre. Hat man all das zusammen, kann es auch schon losgehen. Der Reiz sind die vielen unterschiedlichen Aktivitäten, die auch zeitgleich ablaufen können und einander beeinflussen. Wir nennen das dichte Nachhaltigkeit. Bei all den Experimenten werden einzelne Personen nicht vergessen. Letztendlich geht es auch um die Frage, welche Fertigkeiten und Möglichkeiten nötig sind, um selbst die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist die Frage, welche Fertigkeiten und die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist die Frage, welche Fertigkeiten und die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.